Hi ihr Lieben, heute packen wir zusammen die Degusta Box aus, beziehungsweise ich habe sie schon einmal ausgepackt. Ich habe auch schon ein paar Teile daraus an meine Schwester verschenkt. Die Sachen, die ich jetzt nicht mehr hier habe, werde ich euch als Foto einblenden, damit ihr da auch gucken könnt, wie das Ganze dann aussieht. Und ja, ich würde sagen, ich lege direkt los. Das, was ich probieren kann, werde ich dann auch jetzt in diesem Video probieren. Okay, ich starte mit einem Getränk. Und zwar ist das ein Saft von Granini und zwar in der Sorte Vanilla Passion. Mango, Maracuja und Vanille. Ich weiß, ich hatte von Granini vor ein paar Monaten in einer Box auch schon einen Saft mit so einem zusätzlichen Geschmack, wie hier zum Beispiel der Vanille, den man eigentlich nicht in einem Saft erwartet. Das war überraschend lecker. Ich kann mich jetzt allerdings nicht mehr erinnern, welcher Saft das war. Aber ich meine, es war nicht dieser hier. Auf jeden Fall werde ich den jetzt einmal kurz probieren. Also Maracuja-Saft mag ich gerne. Mangosaft mag ich nicht so gerne, weil mir der, also Mangosaft ist so ein bisschen seemig, wenn man das so sagen kann. Mag ich persönlich nicht so gerne, also vom Geschmack nicht, von der Konsistenz nicht. Und Vanille kann ich mir darin jetzt auch irgendwie nicht so vorstellen, aber wir probieren mal. Es riecht auf jeden Fall hauptsächlich nach Mango. Okay. Also man schmeckt deutlich, sowohl Mango als auch Vanille, als auch diese säuerliche Maracuja. Also es kommen alle drei Geschmäcker sehr gut raus. Ist schon ein bisschen speziell, aber ich würde sagen, es schmeckt. Und ich bin bei Getränken ja wirklich sehr, sehr eigen. Das wisst ihr ja, glaube ich, falls ihr diese Videos häufiger schaut. Aber ich finde es okay. Ich würde mir den noch ein bisschen vermischen, einfach ein bisschen strecken mit Wasser. Aber den werde ich auf jeden Fall gerne austrinken. So, dann habe ich drin, das wird Jan irgendwann mal mit zur Arbeit nehmen, von Miraculi. Pasta Pronto, das soll wohl neu sein. In der Sorte, ja, Basilikum, also Tomatensauce Basilikum. Also es ist quasi so eine Fertigtüte, perfekt in 90 Sekunden, ist eben für die Mikrowelle oder kann man auch im Topf warm machen. Ja, also würde ich mir persönlich selbst nie kaufen. Bei uns gibt es solche Fertiggerichte eigentlich nicht. Also, na klar, ich esse auch gerne mal Fastfood. Und ich esse auch super gerne mal Sachen, die einfach nur kurz irgendwie in den Ofen kommen oder sowas. Aber solche Fertigtütchen gibt es bei uns eigentlich nicht. Aber wenn wir sowas mal haben, zum Beispiel durch so eine Box, dann nimmt Jan das wirklich gerne mal mit zur Arbeit, dass er da einfach mal auf die Schnelle ein spontanes, warmes Mittagessen hat. Und ja, das darf er dann gerne probieren. So, dann als nächstes habe ich eine Sache, die ich persönlich sehr interessant finde. Und zwar ist es von Brandt, also der Zwieback-Marke. Saatencrisp. Das ist quasi so ein Knäckebrot oder so Brotscheiben mit Sonnenblumenkernen und Chia. Und eben, also sind es nur Chia-Saaten, ich gucke mal gerade, Ölsaaten, Sonnenblumenkerne, Sesam, Chia, Haferflocken sind drin. Ja, es sieht so aus, als ob es davon noch mehrere geben würde. Ne, steht hier aber jetzt auf dem Zettel nicht. Möchte ich auf jeden Fall mal probieren. Ich kann ja jetzt wieder beißen. Ich habe ja jetzt endlich meine Krone bekommen. Also eine Scheibe ist so groß. Ich breche mir jetzt mal so ein Stückchen ab. Also solche ähnlichen Produkte gibt es ja schon lange von vielen verschiedenen Marken. Also falls ihr sowas ähnliches schon mal gegessen habt, so ein Körner-Knusperbrot, genauso schmeckt es. Ich finde, die schmecken alle sehr ähnlich. Ich mag es persönlich super gern. Es ist sehr proteinreich und gesund oder relativ gesund. Also ja, das finde ich auf jeden Fall super. Gut und lecker werde ich sehr gerne behalten. Dann habe ich als nächstes ein Produkt, das wird Jan auch wieder bekommen. Und zwar von der Marke Turm. Milchpause nennt sich das. Eiskaffee-Geschmack. Also das ist so ein Milch-Mix-Getränk. Die Marke kenne ich persönlich nicht. Ich gucke mal, gibt es davon noch andere Sorten? Nein. Ja, persönlich... Ja, ich persönlich mag keinen Kaffee. Mir schmecken keine Getränke, wo die irgendwas mit Kaffee zu tun haben. Ähm, selbst wenn es Kakao oder sowas wäre, würde ich es nicht trinken, weil ich... Also Milch. Ich mag keine Milch einfach. Ähm, deswegen, ja, darf Jan das probieren. Da wird er sich aber drüber freuen. Im Gegensatz zu mir mag Jan diese Sachen alle sehr, sehr gerne. So, dann habe ich jetzt nochmal wieder was zum Probieren. Und zwar eine neue Pringles-Sorte. Die nennt sich Sizzling Medium Kicking Sour Cream. Es soll wohl, ähm, ja, ein Pringles sein. Sour Cream Pringles gibt es ja auch in der normalen Variante. Aber ihr seht es schon, diese Teufelshörnchen in scharf. Und ich persönlich mag scharfe Chips ziemlich gerne. Ich bin mal gespannt, wie scharf der jetzt sein wird. Also Medium steht hier drauf. Es wird wohl nicht allzu scharf sein. Den gibt es übrigens auch noch in unterschiedlichen Varianten. Ähm, es gibt Spicy Barbecue und Cheese & Chili Extra Hot. Okay, also dann habe ich das, ähm, geringste... Dann habe ich den geringsten Schärfegrad auf jeden Fall erwischt. Okay, ist aber schon scharf. Also sind quasi genau diese original Sour Cream Pringles, aber eben noch zusätzlich mit Schärfe versehen. Also Medium ist schon nicht ohne, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht schlimm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall scharf. Und ich schätze mal, äh, Spicy und Extra Hot wird dann schon wirklich sehr scharf sein. Also... Ja, schmecken aber gut. Kann man, kann man mal machen. So, dann habe ich als nächstes... Das ist das Produkt des Monats, ähm, von Reese's. Ähm, Peanut Butter Cups. Das ist jetzt kein neues Produkt. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ähm, das sind eben solche... Also zwei solcher Schokotörtchen sozusagen mit, ähm, Erdnussbutterfüllung. Ich glaube, irgendwann hatte ich die schon mal probiert. Oh Gott, die sind jetzt ganz weich. Sollte ich vielleicht lieber in den Kühlschrank legen, aber einmal zum Probieren... Also so sehen die von innen aus. Man sieht deutlich die, ähm, Erdnuss... Mh, die sind lecker. Mh, die sind sogar sehr lecker. Ich bin jetzt nicht so mega der Erdnussbutter-Fan. Also ich würde mir Erdnussbutter jetzt nicht aufs Brot schmieren. Aber so in Kombination mit Schokolade. Mh, das schmeckt sehr gut. Also das kann ich weiterempfehlen. So, dann... Ach ja, das habe ich, ähm, nur auf dem Foto, weil ich es schon weiter verschenkt habe. Von Sunquick gab es wieder diese Eistütchen. Ähm, da gab es ja in der letzten Box Milcheis. Und jetzt ist es eben Fruchteis. Das gibt es in, ähm, ganz vielen verschiedenen Sorten. Ich hatte jetzt die Sorte Erdbeer erwischt. Also das sind solche, ähm, kleinen Päckchen, die man einfrieren kann. Und dann habt ihr eben ein Frucht-Wassereis. Ähm, ich hatte die schon mal probiert. Ich fand die nicht schlecht. Bin jetzt aber kein Mega-Fan davon. Also, ja. Meine Schwester wollte die gerne haben. Und das durfte sie dann auch. Sie wollte sie allerdings nicht zum klassischen Eisessen nehmen, sondern zum, ähm, so Daikiri-Mixen. Könnte man, glaube ich, auch ganz gut dafür verwenden. Ja. Für alle Ü18. Gut, dann, ähm, hatte ich noch drin, habe ich hier das auch? Ja, doch, das hat sie auch direkt übernommen. Ähm, von Milford ein, ähm, Eistee. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, welche Sorte ich hatte. Ich glaube, Zitrone. Na, ihr seht es auf jeden Fall. Es gibt, ähm, auch hier vier verschiedene Sorten. Und das ist eben ein Tee, den man sich einfach mit kaltem Wasser aufgießen kann und dann eben so als Erfrischungsgetränk, ähm, trinken kann. Ja. Bin ich persönlich nicht, also ich bin kein Tee-Fan. Weder heißer Tee noch kalter Tee. Mir persönlich schmeckt es einfach nicht so gut. Ja. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe einen Abnehmer gefunden. So, dann habe ich hier noch drin, ähm, Waffeln von Loaka. Und zwar diesmal in der Sorte Zitrone. Knusprige Waffeln mit Zitronencreme. Ähm, ich... Weiß ich nicht. Also ich werde sie jetzt nicht probieren. Ich werde sie zulassen und verschenken. Ich... Also ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut schmeckt. Ganz, ganz erfrischend auch so ein bisschen schmeckt. Ähm, fruchtig. Aber unsere Süßigkeiten-Schublade, die quillt wirklich über. Und ich glaube, ich mache da lieber jemand anderem mit. Eine Freude vielleicht meiner Arbeitskollegin. Zwinker, zwinker. So, dann haben wir noch dieses Produkt hier. Und zwar von Fritt gibt es eine neue Sorte. Ähm, und zwar Great Grapefruit. Äh, ja. Fritt gibt es auch schon ewig. Habe ich als Kind, äh, super gerne gegessen. Ähm, das sind solche Kaubonbons. Äh, in so Streifen, die man so auseinanderziehen kann. Ähm, ich mag die theoretisch. Aber ich glaube, ich... Ich esse sowas auch zu selten irgendwie. Also ich glaube, ich werde das auch meiner Kollegin mitnehmen. Können ihre Kinder auch futtern. Ja. So, was haben wir noch? Oh, da war Jan ganz scharf drauf. Und zwar von Nature Valley. Ähm, Soft Baked Protein Oats and Honey. Das sind solche, ähm, Riegel, eben Proteinriegel. Ähm, mit Haferflocken unter anderem und Honig. Ähm, von Nature Valley hatten wir schon öfter, ähm, verschiedene Produkte in der Degusta-Box. Und die haben uns immer ziemlich gut gefallen. Also das ist wirklich, ähm, eine sehr leckere Riegelmarke. Es gibt, ja, wie gesagt, super viele verschiedene, ähm, Riegelarten davon. Ich werde sie jetzt nicht probieren. Proteinriegel sind nicht so mein Ding. Ich mag die einfach von, von der Konsistenz nicht, vom Geschmack her nicht. Aber Jan, ähm, wird die auf jeden Fall super gerne mit zur Arbeit nehmen. Und, ähm, ja. Da freut er sich schon drauf. Das vorletzte Produkt kann ich euch noch live zeigen. Das habe ich nämlich behalten. Und zwar ist es von Bex. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine neue Sorte ist. Auf jeden Fall nennt sich das Bex Anfiltert. Das ist ein naturtrübes Pilz. Also ein naturtrübes Bier. Ähm, ja. Das habe ich direkt behalten. Ich mag, ähm, super gerne Biermixgetränke. Also Alsterwasserradler. Bin ich ein Riesenfan von. Liebe ich total. Ähm, ja, das ist jetzt kein Radler. Aber man kann sich das ja einfach mit Limo mixen. So, ähm, pures Bier. Da muss ich schon Bock drauf haben. Wenn nichts anderes da ist, trinke ich auch ein pures Bier. Aber ich mische mir das lieber. Und das werde ich mit dem, glaube ich, auch machen. Aber da freue ich mich schon drauf. Trinke ich sehr, sehr gerne. Okay, das letzte Produkt blende ich euch wieder ein. Und zwar war das noch ein, äh, Prosecco von Allure in einer super schönen Flasche. Also die sieht richtig hochwertig aus. Ähm, und zwar hatte ich da den Premium Secco, ähm, Rosé. Also es gibt den in weiß und in Rosé. Und, ja, meine Schwester hat sich drüber gefreut. Die trinkt das ganz gerne mal. Ähm, ja, ich bin nicht so... Also ich bin eher der Bierfreund als so Prosecco, Sekt, Wein. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also trifft irgendwie überhaupt nicht meinen Geschmack. Aber, ja, dafür eben die Geschmäcker von anderen, von genug anderen Leuten. Von daher, ja, habe ich das auch sehr gerne weitergegeben. Okay, also, dann, äh, komme ich zu einem kleinen Fazit. Ich finde die Box diesmal wirklich ziemlich cool. Ich habe einige Produkte, die ich richtig gut finde. Also einmal dieses Saatenbrot. Ich glaube, das ist mein Favorit zusammen mit den Reese's. Die schmecken mir richtig, richtig gut. Die, ähm, Chips finde ich auch ganz cool. Ähm, der Soft schmeckt mir auch ganz gut. Also das sind so Sachen, die ich mir auf jeden Fall da rausnehmen werde. Wie gesagt, Jan freut sich sehr über die Riegel, über den Kaffee und über die schnelle Fertigpasta. Meine Kolleginnen bzw. ihre Kinder werden sich ganz sicher über die Produkte freuen. Und meine Schwester hat ja auch was abgestaubt. Also wieder eine Box für viele Leute, viele Geschmäcker. Und, ja, so soll es doch auch sein. Gut, dann würde ich sagen, war es das zu diesem Video. Ich werde euch unten in der Infobox den Link zur Box einmal reinsetzen. Sowie einen Rabattcode. Falls ihr die Box mal ausprobieren möchtet, könnt ihr da ein bisschen was sparen auf eure erste Box. Nutzt den gerne, wenn ihr Lust habt. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das wird dann ein Vlog sein, höchstwahrscheinlich. Oder ein Food Diary, da bin ich nämlich auch gerade am drehen. Lasst euch überraschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann reinschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.